Yo, hallo und herzlich willkommen auf die Jungs. Ich bin hier mit meinem Kumpo Anderson. Anderson, Anderson. Und was machen wir mit Anderson? Wir fahren auf Wakeboard. Hier machen wir gerade unser Boot ready und gehen gleich Wakeboarden auf dem Rhein. Hast du es schon mal gemacht? Einmal in Amerika, hier ein kurzer Ausschnitt. Wie ihr seht, ich habe es perfekt gekonnt und heute wird es wieder so gemacht. Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gemacht. Schauen wir mal nach. Ich versplamiere mich. Auf ins Archiv. Yo, Andrej, kannst du mir einen Rücken kremen? Wow, that's too much. Ich versplamiere mich. Jetzt geht's auf den Rhein und Anderson ist dabei, Jules ist dabei, ich bin dabei, Miri ist dabei und Timo, Tibor ist dabei und ich denke mal es wird eine geile Session. Die Sonne fehlt gerade ein bisschen. Kommt. Kommt aber. Bisschen gut gelaunt, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Es ist ein bisschen kalt jetzt, also muss hier der Neopren angezogen werden. Ja, Ladies, das war's jetzt mit nacktem TC. Oh, TC wird nervös, man spürt's schon raus. Der TC macht das schon schön, ne? Können wir jetzt richtig ballern, ne? Ja, ja, jetzt hab ich nicht festgehalten. Ja, das geht. Machst du das oder was? Ich hoffe ich schaff's irgendwie heute noch da mal irgendwie auf dem Board stehen zu bleiben. Sky, wake one, I love it. Wuh, kalt! Das war schon mal Respekt zu dem TC, das sah schon sehr gut aus. Ja, doch. Hey, so krass, hätte ich nie gedacht. Ich hab hier extra die sexye Unterhose angezogen, natürlich. So rum, ne? Woah! Also das ist auf jeden Fall nicht gerade der erotischste Moment in meinem Leben. Woah! Haha! Haha! Jetzt schiebt da die Welle der TC. Alter! Das ist ja der Überpro, ey! Boah! Das war so geil! Ich kann nicht mehr. Das ist gerade geiler als Text. Auf jeden Fall schon sehr gut. Das ist ja mal eine Scheiße. Und dann der DJ rennt noch mit seinem iPhone hin. Geil! Das ist ja Tänke, das ist ja mal eine Sache wie ich mir. Ja! Puh! Das ist ja mal eine Sache. Das ist ja mal ein Beispiel. Kennt ihr? Oh! Das ist ja mal ein bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017